Was ist die Medienpädagogik für die Medienpädagogik? Ich halte es für total wichtig, dass wir diese medienpädagogischen Themen stärker als bisher in Schule haben, weil es letztlich der Ort ist, wo Kinder und Jugendliche sehr, sehr viel ihrer Zeit verbringen. Und damit ist es eine wahnsinnige Chance auch, da zu lernen, wie ein guter, sinnvoller und verantwortlicher Umgang mit Medien gelingen kann.